Heute gibt es von mir für dich sechs Strategien und Tipps, wie dir wahrscheinlich niemals mehr die Videoideen ausgehen. Let's go! Zuerst einmal aber willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal, auf dem ich dich dabei begleiten möchte, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und wir packen das gemeinsam an. Ich fange jetzt nicht an, 100 verschiedene Videoideen aufzulisten, von denen eventuell drei oder vier zu deinem speziellen Kanalthema passen. Aber ich denke, die folgenden Tipps sind umso hilfreicher für dich, sodass du in Zukunft nie wieder nach Videoideen suchen musst. Tipp Nummer eins ist, frage deine Zuschauer gezielt nach Video-Wünschen. Du kannst bei YouTube zum Beispiel einen Aufruf starten und sagen, hey Leute, schreibt mir doch mal Video-Wünsche oder Video-Ideen oder Fragen in die Kommentare, auf die ich dann in einer meiner nächsten Videos eingehen kann oder du machst eine Umfrage bei Instagram per Mail, wenn du einen Mail-Verteiler hast oder bei Facebook oder wo auch immer du deine Zuschauer am besten erreichen kannst und frage gezielt nach Fragen, Video-Wünschen und Video-Ideen. Ich bin mir sicher, deine Zuschauer freuen sich, wenn sie mit in deine Video-Planung mit einbezogen werden können. Oder schau mal in deinem YouTube-Studio unter Kommentare, dann nehme ich hier diesen Filter raus und beantworte da weg und da kann ich schauen, ob denn nicht hier jemand schon mal einen Video-Wunsch geäußert hat oder eine Idee oder eine Frage geschrieben hat, auf die ich noch in einem Video antworten kann. Du findest bestimmt mindestens eine Idee, wenn du mal durch deine Kommentare scrollst und dir das durchliest, was die Leute so schreiben, was die Leute so fragen, was die Leute sich wünschen, dass du mindestens eine Video-Idee für deine nächsten Videos findest. Tipp Nummer zwei ist, schau in deinen Analytics und schau mal, welches deiner Videos am beliebtesten war. Dazu gehe ich einmal auf meinen Kanal-Dashboard, so sieht das aus und hier kann ich bei den Top-Videos einmal die Kanal-Analysen aufrufen. Dann habe ich hier diese Übersicht und die ist meistens für die letzten 28 Tage angezeigt. Ich kann das aber auch einmal auf unbegrenzt machen und dann hier runterscrollen und da steht die besten Videos im ausgewählten Zeitraum. Dann sehe ich hier mein bestes Video oder mein beliebtes Video war das YouTube-Kanal erstellen in 2021 und da kann ich mir dann überlegen, kann ich dazu eventuell einen zweiten Teil drehen oder eine Fortführung drehen, also nicht unbedingt das gleiche Video nochmal drehen, wenn sich dann nichts verändert hat, weil ich dann sozusagen den Traffic von diesem Video weglenke und die Leute zu meinem neuen Video lenke oder das neue Video erhält nicht sonderlich viel mehr Aufrufe, weil ich habe ja schon so ein Video. Wieso sollte ich dann genau das gleiche nochmal drehen? Das macht eher weniger Sinn, aber ich könnte mir überlegen, ob ich denn nicht eine Abwandlung davon drehe oder einen Teil 2, zum Beispiel YouTube-Kanal erstellen auf dem Handy. Das ist jetzt ein PC-Tutorial, dazu könnte ich nochmal ein Handy-Tutorial machen, weil ich denke, sehr, sehr viele meiner Zuschauer sind auch auf dem Handy unterwegs. Das kannst du mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, ob du die Videos immer auf dem Handy schaust oder auf dem PC, das würde mich sehr interessieren. Oder hier 15 YouTube-Kanal Ideen ohne Gesicht ist mein zweitbeliebtes Video. Da kann ich natürlich jetzt überlegen, ob es nicht Sinn macht, einen zweiten Teil dazu zu drehen mit 15 weiteren Ideen oder so. Und hier kann man das ganz schön sehen, welches Video am meisten Aufrufe erzielt hat in einem gewissen Zeitraum. Also ich kann hier natürlich auch wieder auf die letzten 90 Tage oder die letzten 28 Tage gehen und da ändert sich nicht sonderlich viel, aber ein bisschen ist es immer noch hier das YouTube-Kanal erstellen an erster Stelle. Und ich kann aber auch sehen, wie die durchschnittliche Wiedergabedauer pro Video ist. Also ich kann zum Beispiel sehen, hier ist nur 22,1%. Also da haben die Leute durchschnittlich nur ein Fünftel von diesem Video geguckt. Das ist bei diesem Video hier anders. Das sind dann schon 43,9%. Vielleicht auch, weil es ein bisschen kürzer ist, weil ich habe zum Teil auch sehr lange Videos. Da kann ich natürlich verstehen, dass das nicht komplett durchgeguckt wird. Deswegen mühe ich mich in Zukunft, etwas kürzere und knackigere Videos zu drehen. Deswegen geht es jetzt knackig weiter mit Tipp Nummer 3. Und zwar bleiben wir da bei unseren YouTube-Analytics und wir schauen mal, was geben die Leute denn in die YouTube-Suche ein, wenn sie auf unseren Kanal stoßen. Ich bin ja jetzt hier oben auf dem Reiter Übersicht in meinen YouTube-Analytics und jetzt gehe ich mal auf den Reiter Reichweite. Da kann ich nämlich genau sehen, wie die Leute auf meine Videos stoßen. Wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, dann sehe ich hier Arten von Zugriffsquellen. Also YouTube-Suche, Video-Vorschläge, Funktionen zur Auswahl von Inhalten, Kanalseiten, direkt oder unbekannt etc. Für mich ist jetzt wichtig die YouTube-Suche. Also 31,7% meiner Zuschauer gelangen durch die YouTube-Suche auf meine Videos. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter runterscrolle, dann sehe ich hier Zugriffsquelle YouTube-Suche. Und da wird mir dann auch genau angezeigt, was geben die Leute genau in die YouTube-Suche ein, wenn sie auf eines meiner Videos stoßen. Also zum Beispiel hier YouTube-Kanal erstellen. 8,9% meiner Zuschauer, die über die YouTube-Suche auf meine Videos schauen, haben diesen Suchbegriff eingegeben. Kanal erstellen, YouTube-Kanal, einrichten, YouTube-Kanal erstellen, wie erstellt man einen YouTube-Kanal, Prokrastination überwinden, YouTube-Videos machen, Canva-Video erstellen, Video-Ideen für Anfänger, YouTube-Kanal, Canva, lizenzfreie Musik für YouTube, kleine YouTuber, TikTok-Ideen ohne Gesicht. Das ist was ganz Neues. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht auf meinem Kanal. Da kann ich jetzt natürlich überlegen, macht es Sinn, ein Video über TikTok-Ideen ohne Gesicht zu drehen? Das ist natürlich jetzt auch mal eine neue Idee. Hier YouTube-Analytics, YouTube-Musik, Animation erstellen, Kanal-Trailer erstellen, Makramee-Untersetzer. Das ist lustig. Ist auf jeden Fall mal ganz spannend, das hier zu sehen. Ja, und die Kanal-Analytics sind immer eine gute Sache, die man mal auschecken kann, wenn man gerade keine Idee hat, was man als nächstes Video drehen könnte. Denn auf diese Art und Weise findet man, denke ich, mindestens eine weitere Idee. Tipp Nummer 4 sind die Ergebnisvorschläge in der YouTube-Suche. Diesen Punkt habe ich in meinem letzten Video auch ganz kurz einmal vorgestellt. Falls du das übrigens noch nicht gesehen hast, dann schau nach diesem Video da gerne auch einmal vorbei. Ich verlinke dir das gerne hier auf dem i oder unten in der Infobox. Das zeige ich dir auch mal einmal ganz kurz. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Vlog- und Reisekanal hast, dann versetz dich doch mal in deine Zuschauer hinein und überlege, was könnten die denn in die YouTube-Suche eingeben. Zum Beispiel Travel Vlog. Und da bekomme ich schon diverse Vorschläge. Travel Vlog Deutsch, Airport, Thailand, Australia, Greece, Germany, New York, Italy, Hawaii. Also diverse Orte, wo du denn als Travel Vlogger mal hinreisen könntest, um dazu einen Travel Vlog zu drehen. Da kannst du einfach mal ein bisschen rumprobieren und selber mal überlegen, was könnten deine Zuschauer denn spezifisch in die YouTube-Suche eingeben und dir dann deine angefangenen Sätze durch die YouTube-Suche vervollständigen lassen und so auch vielleicht auf die ein oder andere neue YouTube-Video-Idee kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Outfit-Kanal hast, dann kannst du mal eingeben Outfits für die Schule, für dicke Mädchen, zwölfjährige Mädchen, Jungs, die Arbeit, kleine Oberweite, kleine Frauen, 13-jährige Mädchen für die Schule, Jungs, für zu Hause, für dicke Jungs, für den Sommer, für Männer, für Mädchen. Oder wenn du einen Fitness-Kanal hast, dann gib mal ein Fitness-Meals, Fitness-Lifestyle, Fitness-Musik, Fitness-Workout, Couple, Fitness-Marschall, Fitness-Musik, Fitness-Transformation, Fitness-Motivation, Fitness-Rezepte. Also da gibt es schon wieder so viele verschiedene Ideen. Ich denke, da findet man immer was, wenn man eine YouTube-Suche selber mal fragt, weil das ist ja auch genau das, was die Leute eingeben und was die Leute auch interessiert. Also ich denke, das ist auch eine ganz gute Art und Weise, um neue Video-Ideen zu finden. Tipp Nummer 5 ist der TubeBuddy Keyword Explorer. Also wenn die YouTube-Suche irgendwann nichts mehr hergibt, dann vielleicht TubeBuddy. Ich kann das hier einmal auch mal ganz kurz aufrufen. Ich habe da übrigens schon mal ein komplettes Tutorial gedreht. Das verlinke ich dir auch gerne mal hier oben auf dem i oder unten in der Infobox, wo ich alles zum Thema TubeBuddy erzähle, also zumindest alle Funktionen, die ich regelmäßig benutze. So, ich habe dann jetzt hier meine YouTube-Startseite. Dann gehe ich hier auf das TubeBuddy Zeichen und starte mal diesen Keyword Explorer. Und wenn ich jetzt ein neues Video drehen möchte, mir fällt aber gerade nichts ein, dann gebe ich mal ein YouTuber werden. Dann sehe ich hier bei Related Searches verschiedene Vorschläge, die mir gegeben werden, um dieses Keyword noch ein bisschen zu verfeinern. Und da finde ich manchmal auch ganz gute Video-Ideen. Also ich denke, dafür ist dieses Tool auch ganz gut. Zum Beispiel YouTuber werden Tipps Gaming, ohne sich zu zeigen, 2021. YouTuber werden Tutorial Deutsch, YouTuber werden Was braucht man? Oder ich gebe einfach mal ein YouTube-Tipps für... Also auch wieder so einen halben Satz und ich lasse mir den dann von TubeBuddy vervollständigen. Also hier bei den Related Searches zum Beispiel. YouTube-Tipps für Anfänger, YouTube-Tipps für mehr Abonnenten, Tipps für Anfänger Gaming. Also die Schiene Gaming scheint sehr gefragt zu sein, was das angeht. Tipps für das erste YouTube-Video. Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich noch nicht gedreht. Das könnte ich in Erwägung ziehen, ob ich das nicht mal drehen möchte. Dann kann ich dann hier auch direkt draufklicken. Und ich sehe direkt, der Video-Score ist exzellent. Also es wird zwar mäßig oft angeklickt oder eingegeben in die YouTube-Suche, aber Competition ist sehr grün und Optimization ist auch sehr grün. Also Tipps für das erste YouTube-Video soll ich dazu mal im Video drehen. Falls dich das interessiert, dann schreib mir das auch gerne mal in die Kommentare oder gib diesem Video ein Like, dann weiß ich da Bescheid. Auf jeden Fall kann man hier auch diverse verschiedene Begriffe, was halt eben zu deinem spezifischen YouTube-Kanal passt, in den Keyword Explorer von TubeBuddy eingeben. Dieses Tool nutze ich auch ganz gerne dafür. Falls du TubeBuddy übrigens noch nicht kennst und das Tool gerne mal testen möchtest, dann verlinke ich dir gerne meinen Partner-Link unten in der Infobox. Da kannst du das einmal 30 Tage lang kostenlos testen. Und ab diesen 30 Tagen kostet das dann für Kanäle unter 1.000 Abonnenten 5 Euro im Monat und ab 1.000 Abonnenten dann 10 Euro im Monat. Aber wenn du jährlich bezahlst, dann ist das auch nochmal 20% günstiger. Also ich denke, das ist dann relativ erschwinglich. Ich glaube, ich zahle jetzt 3,50 Euro oder 3,75 Euro ungefähr im Monat und das ist es mir auf jeden Fall wert. Ihr könnt mich trotzdem gerne abonnieren, falls ihr das nicht getan habt. Also ich bin auch bereit, mehr als 5 oder 10 Euro dafür zu bezahlen, weil ich das Tool echt super hilfreich finde. Und falls du dich dazu entschließt, über meinen Link so ein Abonnement abzuschließen, dann würdest du mich zu einem gewissen Teil auch unterstützen, ohne dass du mehr Kosten hast. Also das ist der Sinn an einem Partner-Link. Da werde ich dann zu einem Teil von TubeBuddy auch beteiligt, dadurch, dass ich dir dieses Tool dann mal gezeigt habe. Aber ja, so viel dazu. Du kannst es natürlich auch gerne selber über deinen Chrome-Browser suchen, wenn du mich nicht unterstützen möchtest. Das wäre aber eine Art und Weise, um meinen Kanal und um meine Videos zu unterstützen, falls du diese denn hilfreich findest, was ich natürlich sehr, sehr hoffen möchte. Ja, genau. Weiter geht's mit dem nächsten Tipp. Das war es nämlich mit Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 6 ist, hol dir Inspirationen von anderen Videos und anderen YouTube-Kanälen. Das heißt jetzt nicht, dass du bestimmte Kanäle oder bestimmte Videos eins zu eins kopieren sollst, aber du kannst dir Inspirationen und Ideen von diesen Kanälen holen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Fitnesskanal hast und du möchtest ein neues Workout hochladen, dann fragst du dich vielleicht, welches Workout soll ich denn hochladen? Was kommt denn bei anderen Kanälen am besten an? Dann gebe ich jetzt einfach mal in der YouTube-Suche ein Workout. Ganz plain einfach nur Workout. Und schau mal, was wird mir da zuerst vorgeschlagen? Natürlich Pamela Reif. Ich klicke jetzt einfach mal auf ihren Kanal und dann kann ich hier auf Videos gehen und alle ihre Videos werden mir dann angezeigt. Und hier oben rechts kann ich dann sortieren nach. In der Regel wird das so angezeigt, dass das aktuellste Video ganz vorne angezeigt wird. Also das hier hat sie jetzt vor zwei Tagen hochgeladen. Das wird mir dann auch direkt angezeigt. Ich kann das aber auch andersrum anzeigen lassen. Also ältest zuerst oder ich kann sagen größte Beliebtheit. Und das ist das, was mich interessiert. Also ich möchte ihre beliebtesten Videos sehen. Und das ist hier zum Beispiel das 10 Minuten App Workout, 10 Minuten Sixpack, 20 Minuten Full Body, 10 Minuten Booty Workout, 10 Minuten App Workout. Also ich sehe jetzt hier schon dreimal 10 Minuten Apps Workout. Das wäre dann vielleicht etwas, wo ich denken könnte, okay, das scheint bei ihr erfolgreich zu sein. Vielleicht könnte ich das für meinen Fitnesskanal auch übernehmen. Also dass ich einfach einen 10 Minuten Apps Workout drehe und hochlade. Einfach so, wie ich das für mich richtig halte und nach meiner eigenen Art und Weise. Ich würde mir das Video jetzt nicht angucken und eins zu eins ihre Übungen kopieren und in mein Video packen, weil dieses Video gibt es ja schon. Wieso sollten denn die Leute das Video von dir angucken, wenn es das woanders schon gibt von jemandem, der schon super erfolgreich ist. Deswegen bring da immer deine eigene Art und Weise da rein. Das kann man natürlich auch mit allen möglichen anderen Kanälen machen. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, dass du weißt, was ich meine, dass man das immer sortieren kann nach größter Beliebtheit und dann wirklich mal schauen kann, welche Videos sind denn bei anderen beliebt. Was machen denn andere so? Aber wie gesagt, bring einfach deine eigene Art und Weise da mit rein. Ich denke, dann findest du so auf jeden Fall auch ganz gute Videoideen. Jo, und das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe sehr, es hat dir weitergeholfen und vielleicht Anstöße gegeben, dass du in Zukunft immer Videoideen finden kannst, falls du denn mal in die Situation kommst, dass du denkst, ich weiß gerade gar nicht, was ich drehen soll. Ich möchte aber ein Video drehen. Also ich hoffe, es war hilfreich für dich. Falls ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Am nächsten Montag um 10. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.